Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Need for Speed mit mir I zu dem Motherfucking Z. Wir wollen, ich glaube am dritten Tag sind wir jetzt, wir wollen noch ein bisschen Kohle zusammensammeln, vielleicht auch mal ein neues Auto kaufen, ja? Ich meine, der ist schon toll hier, der Civic, aber wenn ich mal so gesehen habe, was es noch so gibt, dann muss ich sagen, okay, vielleicht interessiert mich das ja noch mal ein bisschen mehr. Wir wetten hier auf jeden Fall noch mal schön gegen Obi rein und abfad und los geht's. Ach was? Ach, das ist ein Takeover. Das hatte ich jetzt nicht gesehen. Nö, ist ja nicht schlimm, dann starten wir mit dem Takeover rein. Ja, komm, heute noch, alter, what the fuck. Aber, bevor wir das machen, Alter, muss ich mich hier einmal aus diesen hitzigen Klamotten rausholen. Jetzt noch Oberteil, Hose und dann könnt ihr das Ding baumeln sehen. So geht das. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. So, weiter geht's. Also, mit Takeover, ganz normal. Wir müssen eine ganz schön gute Summe an Punkten schlagen. Und irgendwie sind hier gerade gar keine Objekte? Oder sehe ich das, oder sollen diese Steine hier die Objekte sein? Okay, hier auf jeden Fall geradeaus. Oh, das ist aber gerade so deutlich flüssiger als das letzte. Mit viel mehr Kurven, viel mehr Abwechslung. Man muss viel mehr machen. Boah, zählt Gott sei Dank noch. Das ist ein nicer Kurs. Der gefällt mir. So, jetzt hier schon Fünferwertung. 99.000 müssen wir schlagen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich gegen Obi gewettet. Und das ist das große Geld, äh, Event. Okay. Ah, wir sind jetzt schon bei 62.000. Jetzt noch eine erfolgreiche Fünfer-Multiplikator-Runde und dann sollten wir das auch haben. Oh! Die ganze Kurve in einem ist natürlich strong game. Sind wir das eben gerade auch gefahren hier? Das kommt mir neu vor. Ach, wir haben ja jetzt schon gleich all das ganze Money hier in the bank, ey. Aber ich sag mal, 10.000 fehlen noch. Hat's gereicht? Es hat gereicht. Perfekt. Geil! Es hat wirklich gereicht. Nice. Äh, jetzt nochmal irgendwas. Oh. Das kann doch nicht sein, dass wir für das alles Wagenstufe B brauchen und für die großen Dinger jetzt hier. Was ist das da? Ist das das Takeover Training? Ach so. Das ist einfach nur Übung. Scheiß auf Übung. So, wir sind jetzt hier. Können wir auch zu Unterschlupfen reisen? Müssen wir echt immer alles fahren? Sind wir das letztes Mal auch alles gefahren? Kann mir gar nicht vorstellen. Also wir hätten jetzt auf jeden Fall schon mal die Kohle bereit für das Final. Das sollten wir genießen. Guck mal, Hitstufe 0. Niemand verfolgt uns. Niemand will was von mir. Ist dem so, ja? Ey. Ach, was soll das denn jetzt? Ein Rumgeheule hier. Huh. 2440 ist direkt vor mir. Ja. Machst dir aber trotzdem nix. Sag mal, was fahre ich eigentlich gerade nach? Was ist das, was ich da markiert habe? Bei welcher ist jetzt die richtige Markierung? Die da. Okay, die blaue. Meine. Natürlich. Dann machen wir das. Ey, der Kasten ist so schnell geworden. Das ist krass. Was? Ihr habt nix gesichtet? Oh, ey. Die schärfste Haarnadelkurve, die ich jemals gefahren bin. In meinem gesamten Leben. Geht der Stuhl eigentlich auch mal ein bisschen tiefer noch? Uh. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh, sehr gut. Ach, das ist ein Leben, das ich habe. Unglaublich. Bleibt immer dankbar, für das, dass ihr es habt. Das ist das, was ich euch mitgeben kann. Das ist das Wichtigste. Event. Bam, bam. Oh, krass. Gegen Justiz hier eine tausende Wette. Jetzt müssen wir aber auch reinstellern, weil die ist echt schnell. Die ist echt, echt schnell. Aber auch ganz schön weit hinten gestartet, ne? Ah ja, die Jungs gehen da vorne auch schon wieder brachial ab, ne? Oh, du kamst aus dem Nichts. Ja, wie der Typ, von dem sie dir erzählt, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Ah, jo, okay. Also wenn ich jetzt gerade nach hinten gucke, zehn Frames vielleicht. Keine Ahnung, woran das jetzt gerade liegt. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Ja, mein PC ist halt auch nicht mehr der neueste, ne? Hier, guck mal, hier zum Beispiel, da hat er gerade Probleme mit. Das merkt man. Ist aber nicht schlimm. Dann ist das ja gut, ey. Und ich dachte schon, du hättest ne... Ich hätte ne Chance. Bullshit. Also das ist jetzt hier so ein rennendes Gefällt. Das gefällt dem Bums hier jetzt gerade nicht so. Vielleicht liegt das auch daran, weil es mittlerweile einfach wirklich 40 Grad in diesem Zimmer sind. Das war das Schöne im Winter. Ich könnte jetzt hier das Fenster neben mir aufmachen. Minus 8 Grad ballern mir in die Fresse. Die Wärme, die aus dem PC hier rauskommt. Übrigens, das ist eine einzige Flamme, ja? Das ist offen. Wie ein Kamin. Oder wie ein Ofen oder wie eine... Wie eine... Wie so eine Blowtorch oder so, ja? Und vaporisiert die kalte Luft. Kalte Luft kommt nicht hier rein. Warme Luft geht raus, ne? So einfach ist das. Wobei ich glaube, genauso funktioniert Konvektion wirklich im echten Leben, oder? Ja, ich glaube. Obi auf der 2. Denkt auch, er könnte... Apropos Obi, ne? Interessante Geschichte. Wusstet ihr, dass das Bauhaus... Dass es immer wieder so ein paar juristische Konflikte gibt, weil das Bauhaus dürfte sich eigentlich gar nicht Bauhaus nennen, weil Bauhaus war damals quasi so eine Vereinigung oder ich glaube auch eine Uni oder so von Architekten. Das war damals Bauhaus. Bisschen Knowledge hier gerade mal droppen. Oh, Justiz ja da mit einem beängstigten Platz auf der 3. Auf der 3. Ja, währenddessen fahre ich das Ding hier gerade nach Hause. Was labern die mich hier voll, ey? So, geringes Risiko. Sorry, ich wollte gerade nicht den ganzen Scheiß hier reinpusten. Dann nehmen wir das noch mit. Wir machen gerade echt einen guten Batzen. Ah, ne, Kohle. Ist wahrscheinlich immer noch nichts im Vergleich. Manchmal nimmt der wirklich mein A einfach nicht an und zündet das Nitro einfach nicht durch. Es ist weltbewegend, wirklich. Oh, das war clean. Tja. Wisst ihr, jetzt fühle ich mich irgendwie so ein bisschen leer. GTA abgeschlossen, Mafia abgeschlossen. Das ist jetzt hier so noch mein letztes Projekt, das ich habe. Alles abgeschlossen, Jungs. Was mache ich denn jetzt? Mit was bereichere ich euch denn jetzt, wisst ihr? Man fühlt sich einfach ein bisschen... Was muss ich denn gerade folgen? Man fühlt sich einfach ein bisschen leer. Also ich will jetzt auch gar nicht da irgendwie jetzt so theatralisch wirken, aber was macht man jetzt? Ich weiß nicht. Ich meine, Mafia hatte ich ja auch irgendwann mal angefangen, aber da kam es mir nicht leer vor, sondern ich wollte einfach jeden Tag ein Video bringen. Da dachte ich, gut, dann droppst du das einfach. Aber ich weiß nicht. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was jetzt die beste Lösung wäre für dieses Problem. Mafia war kurz. Ich glaube, 15 Folgen hatten wir jetzt. Das war das, was ich so ungefähr geschätzt habe. Wobei ich glaube, ich habe so 12 gerechnet. Aber mein Gott, drei Folgen mehr. Das ist halt krass. Ich habe gerade nicht realisiert, dass das eine Wand ist. Ich glaube übrigens, dass der manchmal so unberechenbar ist im Drift, weil das ein Frontantrieb ist. Ey, weil das ein Frontantrieb ist. Justizia. 1-3 diesmal? Heilige Scheiße, die schluckt. Hier muss man ans Meltgerät. Wieso startet Justizia jetzt auf der 2? Jungs, 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 Jungs. Was war das denn hier? Erbärmliche Leistung. Wirklich. So wie das so ungefähr. So wie das so ungefähr. Sorry. Ey, Justizia, macht dein... macht dein Namensschild da weg. No, wie blöd ist das denn gelöst? 17% erst voll. Wie lang ist denn dieses Rennen? Oder fahren wir noch gar nicht so lang? Das kommt mir einfach nur ewig vor. Bitte damit aufhören. Das wollte ich nicht und das hat mich jetzt wahrscheinlich gerade das Rennen gekostet, oder? Das wird sich jetzt herausstellen. Ja, die zieht schon gut weg. Aber vielleicht macht sie noch einen Fehler. Wir bleiben auf jeden Fall mal drin. Wir bauen auf jeden Fall gerade nicht auf, sondern eher ab. Aber hier kommen noch ein paar Kurven und sie ist in den Kurven nicht so gut. Hab ich gehört. Ich werde sie nicht verlieren. Da ist sie doch. Lol. Guck, genau das ist das, was ich meinte. Die nimmt da die Leitplanke mit, ey. Gute alte Nitro-Speed-Taktik. Bin stolz auf dich, Justizia. Oh, Knie zu lange oben gehalten. Oh, Kniescheibe im Arsch. Aua. Alter, hier volles Nitro. Oh, jetzt mit dem Windschatten. Oh, wenn ich jetzt im Windschatten bleibe, könnte das was werden. Ich bin deutlich schneller als sie. Ich schnapp mir gleich deine Kohle. Ja. Das lass ich dir mal durchgehen. Das war lächerlich. Oh, du meinst du hast es drauf, oder? Oh, nice. Wir müssen aber auch noch ganz schön lange durchhalten. Oh, die ist hartnäckig. Aber die kann halt wirklich keine Kurven fahren. Erstmal versuchst du das Lenkrad zu drehen in Kurven, du kleine Hole. Oh, ungünstig. Oh, was für ein A7-Manöver, ey. Was für ein A7-Manöver. Aber Trick 17. Wenn nix mehr hilft, einfach ein Todescrash verursachen. Ja, glaube ich. Jetzt glaube ich es dir wirklich nicht mehr. Bis eben gerade hat sie noch eine realistische Chance. Jetzt? Ja, ich weiß ja nicht. Außer ich mache noch einen übertriebenen Fehler. Das kann natürlich passieren. Aber so wie sie jetzt auch... Ach, die hat doch jetzt gerade schon wieder einen Fehler gemacht, oder? Ach, ist auch scheißegal. Ich habe das Ding jetzt zum Sack. Boah, ich dachte gerade, ich schmeiße den Wagen jetzt noch weg. Da ist sie jetzt nämlich auch nochmal gut aufgeholt. Ja, keine Chance. Keine Chance. Easy going. So, wir checken währenddessen immer mal nochmal so ein bisschen rein. Guck mal, hier E-Mails zum Beispiel kann man mal checken. Ah. Ja, so. Sorry. Verfolgungsaktiv fortgesetzt. Ich hoffe doch. Wohin wollen wir denn als nächstes? Können wir überhaupt... Können wir wieder nichts machen? Was ist das hier? Hä? Übungsfahrt? S+. S kommt der mir hier mit S plus an. Ne, äh, so wie es aussieht... Sind wir sogar durch. Ja. Ja, das wäre ja nun wirklich scheiße, mein Freund. Das musste auch selber zugehen. Ja, da sind sie wieder. Leider geht's. Nehmen wir die hier. Zentrale haben Sichtkontakt verloren. Hätte ich hier hochgemusst? Subjekt hat sich bei Edgewall in Luft aufgelöst. Die sind in der Nähe. Er schuft weiter. Ja, scheiße. Da vorne kommen schon wieder welche. Wir können einfach den Kett halten. Abbruch. Oh, leu. Ich bin genau in dem Moment gekommen, wie ich... Ach, nice. Mein PC braucht auch gleich erstmal wirklich eine dicke, dicke Pause nach der Folge. Ey, der ist hier nur am Schlucken, der Junge. Wie eure Mütter. Kett. Natürlich. Natürlich muss ich ein Stückchen weiter nach vorne fahren. Das macht ja so viel Sinn. Nice, ey. 30k. Das ist strong. Müssen wir den Rest jetzt eigentlich auch noch machen, obwohl wir jetzt alle Kriterien erfüllen? Ich will ganz ehrlich sein. Es ist super, mit der Werkstatt wieder in der Rennszene aktiv zu sein. Ich fühle mich wie neu geboren. Den ganzen Tag in der Werkstatt an den krassesten Karren in ganz Lakeshore schrauben. Das erinnert mich an das eine Mal, als ich mit dem aufgemotzten DeLorean durch die Stadt gefahren bin. Einem was? Ich tue mal so, als hätt's das nicht gesagt. Krass. Preise sind aber gut angezogen. Wieder ne Mal. 370er Heritage Edition. Was ist das? Das geht richtig in die Offroad-Richtung irgendwie, ne? Was haben wir noch? Oh. 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 Geil. So. Ja. Und so reichende Mittel. Ich weiß. Ähm. Leistung. Teile. Ja. Wir müssen auf jeden Fall aufstocken. Ich will jetzt nicht die ganze Kohle raushauen. Was haben wir denn überhaupt noch nicht gemacht. Fünf Gang, vier Gang ist verwendet. Wir haben gar nicht mehr so, wir haben nichts mehr so wirklich, ne? Das hier ist ganz nice. Gibt uns nochmal auf jeden Fall mehr Möglichkeiten zum Tune. Reifen können wir nochmal machen meinetwegen. Was ist das hier? Offroad, Straßen, Drift, Straßenreifen. Safe. Ja. Safe. Äh. Bremsen. Ja. Okay, ich mein, wir können rein theoretisch doch erstmal nochmal ein bisschen Geld ausgeben, weil wir ja doch noch alle Tage fahren. Genau, hier haben wir das Straßending genommen. Nitro ist halt auch arschteuer. Hierfür haben wir uns schon entschieden. Hierfür, hierfür und hierfür auch. Ja. Mehr ist nicht mehr so wirklich zu machen. Teilenmäßig kann man auch nicht mehr viel machen. Handling. Wir gehen natürlich nochmal mehr Richtung Grip. Ähm. Abtrieb, Traktionskontrolle, genau. Das ist ja alles hier Standard. Gut. Style. Ja, gut, haben wir neue Fahreffekte, aber. Fuck. Welches haben wir jetzt ausgerüstet? Das kostet halt 9K, ne? Und so wirklich optisch ansprechend finde ich es jetzt auch nicht. Karosserieteile bearbeiten. So. Ähm. Ich würde auf jeden Fall gerne mal, auch wenn es vielleicht kacke ist, den hier nochmal umlackieren. In einfarbig. Und zwar in das gute alte Weiß. Haben wir Matt? Wo sehe ich denn, was das ist? Aktuell, achso. Da. Metallic, Chrom, Metallic, Seiden, Matt. Finde ich auch geil. Matt ist Carbon. Achso. Ist aber nicht lackierbar, ne? Ne. Ja, Hochglanz einfach. Mehr nicht. Warum denn die jetzt? Ach. Ach. Wegen dem Material, das ich benutzt habe, oder was? Okay. Und dann möchte ich nochmal die Felgen bearbeiten. Genau. Achso, Reifen auch auf jeden Fall. Jetzt haben wir AD. Die sehen natürlich ein bisschen langweilig aus. Wir kaufen, wenn, dann schon mal hier die hier rein. Felgen. Boah. Alter, leck mich am Arsch. Ich habe das, glaube ich, selten gehabt, dass direkt die erste Felge, die ich finde, ein Kauf ist. Alter, hier kommen ja richtig krasse Sachen. Hier kommen ja richtig krasse Sachen. Wir bleiben aber bei denen hier oben. Die fand ich ja gerade mal richtig sexy. Ja. Ja. Bremsscheibe bearbeiten geht auch. Achso. Bremssättel geht aber auch. Ja. Dann hauen wir die hier drauf, oder? Die hier, ja. Primäre Farbe. Für die gilt natürlich genau dasselbe. Felgen. Kann man die Größe eigentlich auch einstellen? Ja. Und Bremssättel sind gemacht. Bremsscheiben auch. Reifen nicht. Boah, da ist jetzt ordentlich Geld für draufgegangen, ne? Sollen wir hier vorne vielleicht auch nochmal bei Felgen auf Felgengröße größere drauf wollen? Und wir gucken uns das mal an. Boah. Nice. Sieht richtig schick aus. Ich glaube, sonst gibt es auch nicht mehr viel zu machen, ne? Fenster. Ja, wir könnten das tönen, oder? Wir hauen da so ein blaues Finish. Wie auch auf die Felgen drauf. So was finde ich richtig schick. Äh, ja. Ich glaube, sonst... Motorhaube können wir so lassen, wie sie ist, weil alles andere ist. Ah, wobei. Das würde noch gehen. Die Scheinwerfer, da gab es keine schönen, ne? Da gab es nur das und das ist nicht so schick, weil ich den relativ basic lassen will. Frontbleche. Naja, finde ich auch gar nicht schick. Also catcht mich bei dem halt gar nicht. Das ist sehr schick. Können wir das auch bei dem hier machen? Ne, bei dem geht halt nur dieses Hässliche. Und das finde ich richtig kacke. Seitenschweller, ja. Wir können den Karsten auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach unten bringen. Das ist schon mal wichtig. Wenn wir jetzt hinten halt nochmal was Nices hätten machen können, das wäre stark gewesen. Tja, aber wir können die Scheinwerfer tönen. Ich nehme mal die Maus kurz da. Ich habe die Maus nicht. Achso, große Schritte ging, ja. Genau. Ja. Genau, so. Spoiler. Haben wir hier irgendwie noch was Geiles? Oh. Ey Jungs, das ist gerade perfekt. Das ist ein richtiger Traum. Machen wir bei denen jetzt nämlich auch nochmal. Das ist schon schick. Das ist richtig schick. Tja. Dann würde ich aber auf jeden Fall mal sagen, wie wir uns weiter hochkämpfen, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.